Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 12. Januar 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1148. Und ja, gestern hatte ich die ein oder andere Rechenschwierigkeit in der Episode des Dailies von eben gestern. Heute haben wir dabei iCloud, Signal, Story, Bedit, Bezahlmethode, Spotify, Oppo und Huawei. Es gibt dir ein paar Meldungen. Die Frage ist, ist da viel dran? Wir werden es sehen. iCloud Private Relay. Ich habe schon mal darüber gesprochen. Hier oder in der News-Episode vom Geek Talk. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Aber auf jeden Fall ist es... Nee, ich habe einen Blogpost dazu geschrieben auf dem Pogipsi.ch Blog. Da ging es um sicheres Surfen. Was war das genau? Tutorial, privates Surfen mit dem Safari. Genau, da habe ich das beschrieben. Ah, genau. Zurück dazu. iCloud Private Relay ist die Möglichkeit zum quasi ein bisschen geschützt durch dieses Internet-Surfen. Nicht, ich würde es jetzt nicht als VPN bezeichnen, wie es gewisse Medien und Blogs etc. Newsportale tun, sondern einfach eine einfache Verschleihungsmöglichkeit. Und das ist, wie sagt man denen, Mobilfunkanbietern in der EU ein Dorn im Auge. Das berichtet zumindest der Telegraph, ein britisches Magazin, Newsmagazin. Die sagen, dass mehrere grosse europäische Mobilfunkbetreiber den Apple-Datenschutz verbieten wollen. Die digitale Souveränität der EU werde damit verletzt. Oder anders gesagt, die grossen Provider können keine Daten mehr über euch sammeln. Die reichen iPhone-Nutzer und dessen teuer zu verkaufenden Daten, die sie bis jetzt immer sammeln konnten und dann weiterverkaufen konnten, können sie nicht mehr sammeln, weil alles über die Apple-Server geht und somit das Ganze verschleiert wird. Böse, böse Apple, Vodafone, Telefonica, Orange und T-Mobile sind unter anderem die, die die Private Relay sehr stark kritisiert haben, weil eben sie können eure Daten nicht mehr verkaufen. Ein Hoch auf die eigene Datenhoheit. Weiter geht's mit Signal, da habe ich ja gestern schon davon gesprochen. Heute geht's weiter mit einem Wechsel an der Spitze. Moxie Marlins Spike, hoffe ich spreche das richtig aus. Der Chief Executed Officer, also CEO, Geschäftsführer von Signal, der ganz früher, damals noch, 2014, auch fast der Einzige war, vor allem der Einzige, der ganz vorne mit dabei war und auch zu 100% in dem Projekt involviert war, der den ganzen Server aufgesetzt hat, den Coog entwickelt hat, etc. und so weiter, der gibt jetzt endlich sein Stöckchen ab. Was heisst hier endlich? Ich glaube, er hat einfach ein bisschen Ruhe verdient und möchte kürzer treten. Er bleibt weiterhin im Vorstand. Und wer ist der Intermiss-CEO, also der Übergangs-CEO, bis ein neuer gefunden wird? Brian Acton. Kennt ihr den Namen noch? Ja, neben John Cuom, oder wie er sich auch immer ausspricht, war er einer der beiden Gründer von WhatsApp, die damals von Facebook aufgekauft wurden und dann mit Ach und Krach da wieder rausgegangen sind, nach den Gefängnisjahren, die sie da absetzen mussten. Und der ist jetzt CEO, wie gesagt, Intermiss-CEO für die Übergangszeit. Wann und wie schnell das da ein neuer kommt, das ist noch nicht ganz klar. Was aber vielleicht kommen wird, nach WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, die sie nicht mehr haben und hat nicht schon auch Excel eine Story-Funktion? Auf jeden Fall, ja, auch Signal soll eine Story-Funktion bekommen, so zumindest nach Gerüchten, in dem Quellcode. Der Android-App, welche auf GitHub zu sehen ist, hat das jemand entdeckt. Ein Hoch auf Stories. Ich möchte auch auf Signal. Nein, ich will nicht. Apple gibt auf. Und zwar Bedit, den Schlafmonitor. Ein Teil, was ich ganz, ganz, ganz früher mal in der ersten Version mal kurz antesten konnte. Mittlerweile ist es in einer viel besseren Version, Dünner und weiss ich, was alles gibt. Das ist nicht mehr als Gadget bald verfügbar. Apple nimmt das Teil aus dem Lieferumfang, aus dem Shop raus. Es wird ausverkauft. 149 Euro kostet das Ganze. Den Schweizer Preis habe ich gerade nicht beraten. Wer also noch möchte, sollte zuschlagen. Und oder, da jetzt wieder Gemunkel und Gerüchte, sich dann eine Apple Watch 8 kaufen, denn die soll die Möglichkeit integriert haben. Sensoren etc. Also Schlafapnoe etc. Kann man ja jetzt schon ein bisschen was mitnehmen. Hier soll dann noch was Besseres kommen. Wir dürfen gespannt sein. Dann gab es im letzten Sommer einen Rückschlag für Apple und für Google. Denn Südkorea hat angekündigt, im neuen Telekommunikationsgesetz, dass ein alternatives Bezahlsystem in App-Stores zwingend sei. Also bei Apple und Google und anderen Möglichkeiten, die es da so gibt. Google hat dann gekündigt, im November, sie werden was bringen. Apple hat dann irgendwie auch zähneknirschend gesagt, ja, machen wir dann irgendwann. Jetzt ist es so einigermassen da. Zumindest Apple hat gesagt, ja, wir sind in der Arbeit. Und sie möchten da was für die Community, für die Entwickler und schlussendlich auch für die Nutzer tun. Ich hoffe, das kommt bei uns nicht. Denn ja, ich mag es einfach. Aber ja, das ist eine andere Geschichte. Spotify. Ja, da wird es bald teurer. Da hat man nämlich durchblicken lassen, dass in Zukunft, und zwar in mehreren, respektive in vielen Ländern, eine Preiserhöhung kommen wird. Doch nicht nur das. Auch Werbung in Podcasts soll kommen. Das heisst, wenn ihr diese Daily hört, kann sein, dass in der Mitte dann jemand kommt. Persil, das, äh, nee, ein Graus für ein jeder Podcaster und ein Ding, wo ich mir vorstellen kann, dass dann ganz viele Podcaster, zumindest von den ernstzunehmenden richtigen Podcastern und nicht den Spotify-Show-Clowns, aussteigen werden. Mal schauen, wie das dann kommen wird. Auf jeden Fall eben, der Preis soll nach oben gehen, hat man verlauten lassen. Und eben Werbung in Podcasts. Weil, ja, Spotify hat fleissig investiert. Man hat Firmen dazu gekauft im Millionenbereich und hat exklusive Shows gemacht, etc. Oder macht sie immer noch. Und das kostet halt alles Geld. Das muss man jetzt wieder reinholen. Da beim Nutzer, der sowieso schon mit seinen Daten zahlt. Genau. Nutzt gescheite Podcatcher. Podcatcher.ch. Kleinen Hashtag Werbung in eigener Sache. Da findet ihr eine Alternative von Spotify und Co. Deezer, etc. Genau. Weiter geht's mit Oppo. Und da verdichten sich die Gerüchte, dass das Tablet jetzt doch wirklich im Anfang des 2022 kommen wird. Gleich mal in den Mails checken, ob da schon eine Mail gekommen ist mit einer Einladung. Bis jetzt nicht. Mal schauen, wann das kommt. Was munkelt man? Ja, ein gut ausgestattetes, von der Hardware her stimmiges, auf Flaggschiff basierendes Tablet soll es werden mit seinen Innereien. 11 Zoll, 120 Hertz Display, schöne Auflösung, 6 GB RAM, etc. Mal schauen, was dann wirklich kommt. Ich werde berichten. Jetzt drifte ich zu stark in diese Gerüchteküche ab. Deshalb nehmen wir was Handfestes zur Hand. Und etwas, was der eine und die andere Zuhörerin auch hier sogar im Podcast schon immer wieder mal nachgefragt hat, ist, wie geht es meinem neuen Podcast-Monitor? Das war ja oder ist immer noch der Huawei MateView und endlich habe ich es geschafft, neben dem Video, was ich zum Start damals online gestellt habe, auch meinen Testbericht fertig zu tippen. Und den könnt ihr lesen, wenn ihr dann mögt, auf daily.geektalk.ch und oder im Podcast euer Vertrauens findet ihr den direkten Link dazu und zu all den anderen Themen, die ich heute hier behandelt habe. Ich danke für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch einen schönen und erfolgreichen Start in den neuen Tag und wenn es geht, hören wir uns bald schon wieder. Euer Bo Gipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.